Ich denke, ich habe es super bis jetzt gemacht und ich bin sehr zufrieden. Es könnte nicht besser gehen. Heute bin ich ein bisschen müde. Die Kombi war ein sehr langer Tag, aber nein, ich bin sehr zufrieden. Ja, das ist immer ein bisschen das Spiel damit. Slalom ist eine Disziplin, da kannst du schnell Fehler machen. Normalerweise wollte ich das nicht. Ich war schon ein bisschen nervös, ein bisschen müde und alles zusammen war sehr schwierig heute. Ja, es war groß, aber ich weiß, das sind nicht meine zwei perfekte Läufe und ich kann auch besser machen. Aber wenn man gewinnt, muss man zufrieden sein, oder? Ja, ich weiß, ich habe Chancen, ich bin ganz locker. Ich weiß, es ist nicht normal, es ist nicht einfach, weil Mädels fahren immer gut. Und dieses lange Programm, das hier ist, ist sehr spannend. Und wenn wir sehen, ich weiß nicht, was kann ich bringen. Ja, ich denke, für Linz ist sicher ein schwieriger Moment jetzt. Aber ich weiß, sie ist eine starke Person und sie wird weiter wieder erholen. Und ja, es ist normal nicht einfach, wenn man zu Hause verliert.